Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorial. Wir zeigen euch heute den Shop Gamiibo. Dazu gehen wir auf Resident Evil 2 und gucken uns das ganze mal an. Das Spiel gibt es natürlich auch für Xbox und PS4 und wir suchen den Shop Gamiibo. Auf Gamiibo angekommen sehen wir schon mal, dass es in allen Sprachen verfügbar ist, die wir wollen. Wir können hier ein Customer Protection Programm nehmen. In diesem Fall nehmen wir das einfach mal mit. Kostet 3 Euro extra und hier unten sind die Großhändler, über die ihr bezieht über Gamiibo. Die haben auch alle ein Rating und haben meistens, also die guten, natürlich 5 Sterne. Dann gucken wir uns das erste Mal die Trustpilot Bewertungen an. Dazu gehen wir auf Trustpilot und wir sehen 79% ist schon gar nicht schlecht. Also 4 von 5 Sternen. Eigentlich ganz gut bei unseren Testkäufen. Wir haben 5 Stück gemacht, ist Gamiibo immer sehr gut abgeschnitten. Der Support hat uns mit einem Problem auch geholfen und wir sind sehr zufrieden damit gewesen. So, als nächstes gucken wir uns die Bezahlmethoden an. Die sind hier unten aufgeführt. Das heißt, ihr könnt mit PayPal, Visa, Mastercard, American Express, PaySafeCard, sofort Banking und Bad Money bezahlen. So, hier seht ihr wie es funktioniert. Eigentlich ganz einfach. Ihr sucht euch ein Spiel aus. Ihr kriegt dann einen Key zugesandt, nachdem ihr es gekauft habt. Den müsst ihr dann auf der jeweiligen Plattform einlösen. Auch ganz wichtig ist das Support Center. Hier seht ihr noch mal alle eure offenen Fragen. Wenn das jetzt ganz normale sind, dann seht ihr das schon unten. Und wenn ihr denn doch eine speziellere Frage habt, dann könnt ihr dem Kundenservice auch direkt schreiben. Der antwortet in der Regel auch sehr schnell und hat zumindest unsere Fragen immer sehr gut beantwortet. So, ihr könnt ihr noch ein bisschen mehr über Gamiibo lesen, wenn ihr wollt. Es stehen auch noch ein paar E-Mail-Adressen. Und jetzt gucken wir uns noch mal die Spiele an. Es gibt auch öfter Sales und Aktionen. Da könnt ihr noch mal extra sparen. Auch die neuen Spiele, die Most Wanted, werden hier unten angezeigt. So, und hier gehen wir rauf zu den Spielen. Hier könnt ihr die nach Plattform filtern. Wir klicken jetzt einfach mal auf Uplay und sehen hier dann noch mal alle Spiele von Uplay. Das sind jetzt 237 Stück. Ihr werdet sehen, bei Steam sind es ein paar mehr. Da sind es über 3500. Und da werdet ihr auf jeden Fall schnell fündig, wenn ihr ein Spiel sucht. Insgesamt ist Gamiibo auf jeden Fall ein vertrauenswürdiger Shop und ihr könnt den Support auch immer anschreiben, wenn ihr mal doch ein Problem haben solltet. Und bei der großen Auswahl werdet ihr auf jeden Fall auch das Spiel finden. Ansonsten guckt einfach noch mal bei Planet Key. Viel Spaß! viele w meistens eine Untertitelung des ZDF, 2020